herzlich willkommen zu meinem neuen unboxing video und heute präsentiere ich euch die nightmare m street freddy krüger figur von sideshow 1 zu 6 da gab es schon ein video auch schon bei mich ja und bevor das video online kam war ich schon mein kopf dass ich die figur haben will und da wurde es noch mehr bestätigt und somit habe ich sie mir gekauft die figur hat mich um die 240 euro kostet und ich bin tierisch gespannt drauf ich finde die abgrundtief geil vom head skype und alles habe ich schon die videos gesehen auch schon vor mich ja bei dark schnecke reviews habe ich so heißt der ja und ich bin froh dass ich jetzt die hier habe ich habe mir gedacht wenn ich schon es nicht zu freddy krüger schaffe dann muss halt freddy krüger zu mir kommen nun gut die figur ist hier so verpackt in so einer folie und davor war sind so eine art schipper karton drin wie man es halt erkennt von den ganzen figuren hier steht auch seit schock und so weiter und die ganzen daten die tun wir beiseite und da ist die hier drin ich finde ein bisschen die verpackung ich weiß nicht wenn ich mir jetzt das von hot toys anschaue das badmanteil ist es schon hochwertiger muss ich ehrlich gesagt gestehen dass es der hochwertige ist aber nun gut das sei mal dahingestellt und jetzt kommen wir mal hier das gute stück raus aus der folie und da haben wir schon abgebildet den guten freddy das licht will ich gerade nicht weiter und ich finde den karton richtig cool schon gefällt mir hat so einen matten look gibt noch ein geiles motiv drauf und dann machen wir mal auf der seite steht in der aneim street dann machen wir mal das gute ding auf also es hätte vielleicht hochwertiger sein können aber das ist ja egal so dann tun wir mal das hier rüber und da ist er drin dann haben wir hier einmal noch so eine aha so damit er fest ist okay da kann man das so raus geben dann okay dann haben wir einmal den karton den machen wir mal hier so stellen wir hier in die ecke so dann haben wir hier so eine karte und dann haben wir halt so eine banderole damit es hier alles dann zusammenhält ziehen wir mal ab da steht auch ein halt mal 11 drauf und freddy krüger wenn ich sie auch abkriege wo ich die hochziehen hoch und runter je nachdem ok da ist der gute kerl drin dieser drin Was sind das mehr? Ah, okay. Deswegen, wenn es zusammenhält. Da haben wir einmal hier dann auch noch den Ständer, wo man draufstellen kann. Und da haben wir den guten Pial hier drin. Hier drin ist er und ich finde ihn schon richtig cool. Er hat zwar nicht viele Extras, er hat eine Krallenhand mehr und zwei andere Hände mehr, aber nun gut. Machen wir mal das hier auf und dann... Geil. Hammer. Holen wir mal raus. Das ist schon... Das ist schon... Das ist schon abgrundtief, girl. Ja, leck mich am Arsch. Boah. Ja, ist zwar auch hier, aber wenn es steht, dann steht es. Alter. Der Hetzgalb. Wow. Also ich muss echt sagen, was für ein Hetzgalb auch wieder. Sideshow Otto ist... Wow. Herrlich. Alter, ist die geil. Jetzt muss ich ihn erstmal zum Stehen bringen. Jetzt steht er. Der steht auch von alleine. Hammer. Hammergeil. Und das ist ja unglaublich. Saustark. Saustark. Wie gesagt, es kommen nach dem Video noch ein paar Nahaufnahmen. Aber ich bin jetzt schon total begeistert von dieser Figur. Zwar könnte man sich für das Geld 240 Euro, je nachdem, wo man bestellt. Ich habe es nochmal nachgeschaut. Man könnte es sogar machen bis zu 230 noch bei anderen Seiten. Aber das war ein bisschen zu unsicher. Und ich habe mir gedacht, bestellen wir einfach dort, wo die anderen bestellen. Der ist schon sicher. Und ich muss ehrlich gesagt gestehen, sie ist saugeil. Sie ist saugeil. Wenn ich es aber vergleiche mit von Batman Returns, ist das schon ein Kaliber mehr. Aber ansonsten ist das eine abgrundtief geniale Freddy-Figur. Und wenn ich jetzt dann noch... Das habe ich ja hier irgendwo... Moment. Oh Gott. Und wenn ich jetzt mir dann noch so vorstelle... Da noch die Kralle... Mit ausgestreckten Fingern in der Vitrine... Oder so... Daneben... Saustark. Saustark. Die stellen wir jetzt hier wieder herüber. Und... Wow. Also ich finde das richtig geil mit dem Stoff und alles. Richtig, richtig cool. Und es ist ja der Freddy, glaube ich, von Teil 3. Dream Warriors. Ist ja einer meiner Lieblings-Freddy-Teile. Natürlich der erste. Ungeschlagen. Aber wie auch schon in den Videos bei Micha und auch bei Dark Schnecke. Also der Oberkörper... Ist ein bisschen lavede. Wie schaut denn das da aus überhaupt? Aha. Okay. Also das ist schon... Freddy hat ja ein Sixpack. Na siehste mal. Krass. Und hier die Hose ist mit so Klettverschluss. Okay. Aber ansonsten ist die Figur... Also man muss das einmal hinstellen, dann bleibt das auch. Aber ansonsten ist es sehr lavede. Also für den Preis ist es schon fragwürdig. Aber... Das sieht doch auch geil aus, wenn er so steht... Also mir gefällt es richtig gut. Leck mich am Arsch. Sogar mit dem Ohr da so ein Stück Ohr weg oben. Geil. Geil. So, dann hat er noch... Und... Das haben sie in den Videos gesagt, aber ich konnte es irgendwie nicht glauben. Die Klingen sind echt aus Metall. Sau stark gemacht. Da hat er halt hier noch so eine andere Hand. So eine offene. Ich will mir überlegen, wie ich ihn hinstelle. Mit welcher Pose, mit welcher Hand. Und ähm... Dann hat er noch... Wenn ich es rauskriege... Eine Hand. Wo so auf einen zeigt. Äh? Und natürlich... Na... Eine Pfau... Eine Pfau... Eine Pfau... Eine Faust. Ne? Sau stark. Mehr ist da nicht dabei. Und ja, für den Preis ist es etwas happig. Also würde man so um die 200 Euro, würde ich sagen, wäre es okay. 170 bis 200 Euro. 240 ist schon etwas happig. Aber ähm... Es lohnt sich auf jeden Fall für den Headscalp, für diese Hände genial gemacht. Und noch so angezogen. Sau stark. Es ist, glaube ich, eines der schönsten in der Größe von Freddy-Figuren. Hat ja, glaube ich, auch der Micha gesagt. Was auch noch ein bisschen störend ist, dass man den Hut nicht abmachen kann. Shit happens. Aber ansonsten steht er eh meistens in der Vitrine und ich hätte eh den Hut dran gelassen. Weil ohne Hut Freddy ist dann nur geil, wenn da die Szene nachgespült wird aus dem dritten Teil, wo er da den Anzug an hat. Ihr wisst, was ich meine. Und da kommt es dann ohne Hut geil. Ansonsten muss ich echt gestehen, sau, sau geile Figur. Mir gefällt sie abgrundtief. Und die ist, ey, die ist doch echt ein Blick, von wenn er dann so steht. Okay, wenn er dann steht, komm. Freddy is here. Sau geil, sau geil. Ich hätte es mir echt... Also, es sieht noch viel, viel geiler aus, wenn man das Gesicht sieht. Hammer mäßig geil. Wow. Wow. Ey, ich bin gerade echt hin und weg. So, dann haben wir hier noch diesen Ständer. Das ist halt ein ganz normaler Ständer, wie man ihn kennt. Äh, nichts Besonderes. Da haben wir ja einmal die Base, wo dann auch noch steht, A Nightmare on Elm Street, zwar in schwarz gehalten. Wäre vielleicht ein anderer Fall aber auch cooler gewesen, damit man es besser sieht. Oder vielleicht hier vorne dann noch Freddy. Und dann hat man halt hier noch dieses, wenn ich es rauskriege, boah, das war jetzt heftig. Das Teil, wo er dann halt auch besser steht. Aber wie kriege ich das jetzt hier? Ich würde es eigentlich nicht kaputt machen. Ach, das muss ich erst noch... Oh Gott. Da habe ich es komplett draußen. Ähm... 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 Ist das richtig? Keine Ahnung. Hat mal auch noch das hier, wo man ihn so reinsteckt. Und wo er dann besser steht. Ne? Wo man das halt auch noch so hoch. Wenn wir es hochkriegen. Und dann fällt er nicht so schnell um. Der Gude. Ne? Dann steht er wieder eins. Die Figur. Ja. Und ich finde es abgrundtief cool. Ich bereue mir... Ich bereue den Kauf nicht. Hätte vielleicht dann was anderes kaufen können. Diesen Monat noch. Aber ich wollte ihn haben. Ich weiß ja nicht, ob er vielleicht irgendwann mal ausverkauft ist und dann teurer wird. Deswegen wollte ich ihn unbedingt haben. Und ich bin total begeistert. Deswegen hole ich mir dann auch irgendwann jetzt dann von Seijo auch den Jason. Weil der würde so gut daneben passen. Und dann noch die ganzen Filme und alles. Boah. Das sieht doch dann abgrundtief genial aus. Also hier. Dieser Freddy. Ist doch ein... Alter, das ist der Wahnsinn. Dieser... Jetzt geil. Hammermäßig geil. Tut mir leid, Leute. Ich bin total begeistert. Und ich werde jetzt mal versuchen. Das sieht... Das sieht für mich zu unschön aus. Ich habe echt Angst, dass da was kaputt geht. Wenn ich da jetzt da so rumfummele. Freddy, gut, dass du da drauf stehst. Das ist schon so eine Sache für sich. Da habe ich echt Schiss, dass ich was kaputt mache. Okay, rein geht schneller. Ja, Manuel. Ja, Manuel, falls du das Video siehst, da hättest du wieder auch einen Spruch machen können. So. Und dann... Oh ja, die sieht auch geil aus, die Kralle. Oder wenn er so ausholt. Wie weit kann man? Das ist geil. Das ist geil. Ja, Mann. Geil. Ich freue mich gerade wie ein Kind über diese Figur. Oh. Herrlich. Ich bin total hin und weg. Wirklich, vielen, vielen Dank. Ehrlich mal auch noch an Micha. Du hast ja das schon mal erwähnt gehabt, dass so eine Figur rauskommt. Dann habe ich es im Netz mal irgendwie mal kurz bei Ebay gesehen. Und dann haben wir nochmal drüber gesprochen. Vielen Dank dafür, auch für dein Video. Sonst hätte ich sie wahrscheinlich nie geholt. Und ich finde sie abgrundtief geil. Für mich ist Freddy, der Horror-King schlechthin. Diese Kralle können wir ja dann noch so schön hier unten irgendwie machen. Und Hammer. Hammer. Ich finde sie geil. Ich finde sie abgrundtief geil, die Figur. Ich bereue nichts. Und bevor das hier noch so weitergeht, viel Spaß jetzt noch mit den Nahaufnahmen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. fart. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020